Hallo und herzlich willkommen zurück zu Planet Coaster. Wir spielen heute wieder ein kleines bisschen weiter. Beziehungsweise wir bauen ein kleines bisschen weiter. Spielen da haben wir ja eigentlich wirklich nicht. Wir sind ja aktuell natürlich immer noch dabei hier an unserer Steinwand quasi. Um unsere Steinwand wieder zu verschönern, so muss ich eigentlich sagen. Wir werden natürlich jetzt hier vorne doch den ganzen Bereich so ein bisschen einnehmen. Ähm, was das angeht, wenn man sagt, okay, die ganzen Steine müssten weg. Natürlich, ähm, sieht es sonst ja auch ein bisschen blöd aus, finde ich. Wenn man jetzt sagt, okay, oben diese schönen Steine unten drunter, am Fundament diese, ja, hässlichen Steine. Ähm, gesagt, getan. Bauen wir natürlich alles um. Und, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ist wirklich, wirklich gut geworden. Ähm, bin noch ein bisschen gespannt. Ich habe jetzt aktuell die, ähm, die neuesten Sachen von der Beta gesehen. Muss sagen, dass wenn da draußen ist, dann wird es nochmal wesentlich, wesentlich geiler. Ähm, vor allem Objekte, die wo sich in der Größe in sich verschieben lassen oder verändern lassen. Ähm, oder von den Formen her. Ähm, Hammer. Ähm, da kann ich echt nicht mehr dazu sagen. Ähm, das heißt, dann wird allgemein auch das Gebäude hier ein bisschen einfacher, ähm, ja, zum Bauen. Momentan sind es jetzt noch, äh, also aktuell Stand von dem Video momentan zumindest, ähm, sind es noch acht Tage. Ähm, bis es da draußen ist. Ähm, und ich muss sagen, ich freue mich riesig drauf. Ähm, hat schon sehr, sehr gut ausgesehen. Da bin ich dann echt gespannt, was man noch machen kann. Wie die Details ausschauen, weil momentan gab es da dazu noch keine, ja, noch keine Strukturen und sowas. Müssen wir mal gucken. Aber ich bin, ich bin zuversichtlich, muss ich sagen. Bis jetzt haben sie ja eigentlich doch wirklich alles so eingefügt, wo ich selbst mir auch gewünscht habe. Ähm, das einzige, wo noch fehlt, wo ich auch wirklich hoffe, dass es noch kommt, aber ich glaube nicht dran, ähm, das ist ein Abstellgleis. Ähm, eben für das, wenn eine Bahn eben, ja, nicht mehr so viele Besucher zieht, dann kann man Zug rausnehmen, ohne dass man das Spiel kurz anhält zum Beispiel und sowas, um ein bisschen, ein bisschen Kosten zum Sparen. Wäre natürlich ganz cool, wenn man das irgendwie noch unterkriegen würde. Wie gesagt, ich glaube nicht dran, dass es kommt. Ähm, aber ich wünsche es mir auf alle Fälle. Das wäre eigentlich nur noch so das letzte i-Tüpfelchen, dass das, ähm, funktioniert. Und, ja, das zweite, was ich mir natürlich auch noch wünsche, ist dann noch eine neue Grafikkarte. Weil das Spiel, ähm, zieht Unmengen, äh, also wirklich Unmengen an Ressourcen. Und da kommt meine langsam an die, an die Grenzen. Also ich spiele, je nachdem, jetzt hier beim Bauen geht es ja eigentlich, da läuft der Park nicht. Aber hinten beim Piratenbereich, wenn ich da das ganze Spiel laufen lasse zum Beispiel, dann spiele ich gerade mal noch mit, ähm, 22, 23 Frames. Und das ist halt eigentlich, ja, nicht wirklich, nicht wirklich viel. Ähm, muss man schon sagen, da leidet dann der Spielspaß natürlich schon ein bisschen darunter. Ich meine, das Spiel kann ich dafür, das ist so, wie es ist, super. Ähm, ein bisschen hungrig ist es. Aber ansonsten finde ich es echt super. Ja, ja, innen drin zum Beispiel, hier ist ja der, ist ja unsere Eingangshalle quasi. Die wird ja dann natürlich auch noch, wenn da die Beta dann da ist, definitiv auch nochmal verschönert. Und, ähm, ein paar Details nochmal mit, mit, mit eingefügt. Da müssen wir da mal gucken, was man da noch genau machen kann. Ich habe nämlich gesehen, so ein paar Halbkreise kann man noch mit einfügen. Und, wäre unten fürs Fundament vielleicht ganz cool, wenn man sagt, okay, man hätte eventuell so, ähm, ja, Steine. Die, wo man quasi entlangsetzen kann. Die, wo auch so, ja, die, wo aussehen einfach wie ein großer Block. Wie ein großer Stein, letztendlich. Ähm, das wäre halt, wäre halt klasse, wenn man das noch mit einfügen könnte. Weil dann kann ich unten diese Holzplanken wegmachen. Die, ja, stören mich dann mittlerweile doch ein kleines bisschen. Aber, ja, wir werden sehen, wie es dann letztendlich aussieht. Wie gesagt, der Park selbst, ähm, ist ja noch gut zu bebauen. Das muss man sagen, wie gesagt, der PC wird wahrscheinlich eher das größere Problem sein. Irgendwann, ähm, da kackt die Grafikkarte einfach mit ab. Das funktioniert nicht, ähm, so wie ich es dann haben möchte. Ich sag mal so, der ganze Management-Teil kommt jetzt dann auch noch komplett dazu. Und, dass wenn auch noch alles mitberechnet werden muss, schätze ich mal, wird natürlich auch alles noch ziemlich, ja, Performance fressen und so. Ähm, vor allem, wenn das Spiel da wirklich so läuft, wie es, wie es soll. Also, mal gucken. Ich bin, ich bin auf alle Fälle gespannt, ähm, was da draus wird. Aber, ich bin zuversichtlich, muss ich sagen. Ganz ehrlich, ich bin echt zuversichtlich. Ähm, nachdem der Park ja hier dann fertig eigentlich ist. Ich weiß, ich rede jetzt gerade ein bisschen viel über andere Sachen anstatt hier über das, äh, über den Bereich. Aber, ich bin ja momentan nur so ein bisschen am Wende umreißen. Ähm, aber, wo ich sagen muss, wo ich mich dann nach dem Park dann definitiv auch drauf freue, äh, ist dran, ähm, ich möchte ja ganz gerne echte Parks dann auch nachbauen, vor allem, wenn ich dann das Parkgelände vergrößern kann, ähm, war ja eigentlich hier dann das größte Problem. Ich hätte Lust, eigentlich, ähm, ein paar Parks eigentlich, muss ich sagen, nachzubauen. Disney World, glaube ich, kann ich vergessen. Dafür ist die Fläche hier einfach zu klein, auch nach wie vor, ähm, wenn das Spiel fertig ist. Aber, an und für sich, muss ich sagen, ähm, ich habe sehr, sehr große Lust aufs, ähm, Phantasialand zum Nachbauen. Auf dem Europa-Park natürlich ganz klar, einer meiner Favoriten. Ähm, Cedar Point habe ich auch Unmengen Lust nachzubauen. Nachzubauen und natürlich auch die Universal Studios, wäre ein Traum von mir, das irgendwie in Planet Coaster zu erreichen, zu bauen, quasi. Da würde ich mich schon sehr, sehr drauf freuen. Ähm, weil es für mich eigentlich somit die, also die, was ich jetzt aufgezählt habe, somit die geilsten Parks sind. Ähm, also meiner Meinung nach, wobei, ähm, Buschgarten Tampa würde auch noch dazukommen. Hätte ich auch noch große Lust dazu, wobei da fehlt allerdings attraktionsmäßig noch einiges, dass man sagt, okay, das könnte ich übernehmen. Ähm, aber grundsätzlich. Das ist das, wo ich so ein, wo ein Ziel dann drauf, drauf lege, auf alle Fälle. Und, ähm, natürlich wird es auch dann wieder ein Park geben, der wo eigens gebaut ist, nicht nur nachbauen. Aber, ja, das ist jetzt mal so das erste Hauptding, wo ich sage, auf das habe ich so richtig, richtig Lust. Also, ich freue mich drauf, auf alle Fälle. Jo, zurück hier zu dem Park. Auf alle Fälle, wir sind jetzt momentan wieder dabei, die Füße zu, äh, bauen. Und, haben dann natürlich auch wieder alles komplett umgeändert auf diese Steine. Jetzt muss ich sagen, gefällt es mir persönlich schon wesentlich, wesentlich besser. Ähm, hier innen drin kommt natürlich dann auch noch ein bisschen Beleuchtung mit rein. Die, ähm, die Füße von der Füße, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Wie gesagt, mein Englisch ist ja natürlich, ist ja grottig. Ähm, aber ich, ähm, jetzt habe ich Farben verloren. Aber ich hoffe, dass das hier unten dann auch noch ganz gut wird. Innen drin zum Beispiel, hier, muss ich ja sagen, da, ähm, fehlt mir noch ein bisschen was. Deswegen lege ich da auch sehr große, sehr große Hoffnung vor allem auf das, auf die Beta jetzt dann. Auf diese vergrößerbaren Objekte und so. Ähm, dass wir da innen drin noch ein bisschen was Schönes reinzaubern können. Mal gucken, vielleicht werde ich da ein bisschen schon mal was in Angriff nehmen. Aber, ich glaube noch nicht dran. Von dem her, müssen wir mal gucken. Die Pranken unten zum Beispiel, die gehören ja auch noch gemacht. Habe ja da mittendrin angefangen. Und, ähm, ja, ist noch nicht ganz so zufriedenstellend, so wie ich es wollte. Und weil ich, weil ich ja gerade hier den Wartebereich, ähm, verschoben habe. Mir fällt ein, auch in der Beta soll jetzt dann dazukommen, dass die Wartebereiche dann auch keine, also, dass man es einstellen kann, dass die Wartebereiche auch keine, ähm, na weißt du denn mehr, keine Führungen mehr haben. Oder? Ohne Geländer auf alle Fälle. Dass die keine Geländer mehr haben. Das heißt, man könnte sich theoretisch die Dinger selbst zusammenbauen, selbst Themen. Wie gesagt, das Ding ist doch ein bisschen begrenzt. Ich glaube, es gibt sechs Wartebereiche, sechs Warteschlangen. Und, äh, ich meine, sind auch so cool. Aber anders wäre es natürlich nochmal, nochmal geiler, weil dann eigentlich rein nur vom Teeming her, irgendwie die Warteschlange geteilt wird. Und das ist halt dann schon wirklich richtig cool. Da muss ich sagen, freue ich mich richtig drauf. Ähm, wenn das kommt, werde ich auf alle Fälle auch hier dann mit, ähm, mit einfügen. Und, ich hoffe ja auch, dass man dann noch die Warteschlange besser in, ja, im 90 Grad Winkel bauen kann. Da habe ich ja ziemlich am Eingang von der Bahn noch ein paar, ja, ein paar Ecken mit drin. Aber, naja, gut. Ich würde sagen, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sagt danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.